Gute und Grüezi wohl ihr lieben Mechanein. Ich möchte mich an der Stelle nochmal vielmals bei allen bedanken, die unter dem letzten Video ein paar nette Worte gelassen haben. Das hat mir wirklich viel bedeutet und hat mir auch wirklich geholfen. Und zwar ging es um meine Mutter, die lag erstmal die letzte Woche auf der Intensivstation, liegt mittlerweile immer noch im Krankenhaus, aber es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Und das Ganze hat uns dementsprechend mitgenommen, mein Vater und mich. Und wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt gerade erst wirklich das Video von Mittwoch aufgenommen, was ich normalerweise mittlerweile mir angewöhnt habe, jetzt schon fertig zu haben. Deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank für euer Mitgefühl und für eure Lendenkommentare. Und das hat mir wirklich weitergeholfen und ich wollte es einfach nicht so umkommentiert da stehen lassen. Und in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank nochmal. Hotteln Sie allein, happy printing und ciao.